Wer ich bin, das weiß ich, geboren am 18.12.1988 kam ich einzigartig als gesundes Kind in einer Welt, die so unfassbar kalt ist ich übertreib nicht, jetzt kommt der Wahnsinn zwei Wochen später erkrankte ich und hatte drei Tage lang Fieber das war wie ein Tiefschlag in der Magengegend deswegen habe ich bleibende Schäden fürs ganze Leben eine Behinderung, aber ihr seid auch behindert und wisst nichts davon herzlich willkommen, ich bin vom Thema abgekommen mach ja, wie seid ihr so behindert geworden ich bin ein Disability Disciple und verbreite das was ich schreibe, was ich damit meine jeder von uns kann von heute auf morgen ein Disability Disciple werden auf dieser kaputten und kranken Erde ich bin ein Disability Disciple und verbreite das was ich schreibe, was ich damit meine jeder von uns kann von heute auf morgen ein Disability Disciple werden auf dieser kaputten und kranken Erde ich bin ein Disability Disciple und verbreite Das was ich schreibe, was ich damit meine Jeder von uns kann von heute auf morgen Ein Disability Disciple werden Auf dieser kaputten und kranken Erde Warum diese Querdenker querdenken Damit wir diesen Menschen Aufmerksamkeit schenken Denn ihr müsst wissen, diese Menschen besitzen Eine dysfunktionale Störung In deren Gehirnströmung Haben sie ein Furz quer sitzen Oder warum sonst labern sie was von Verschwörungstheorie Dabei haben sie auch eine Disability Und diese Disability macht sich bemerkbar Bei diesen Querdenkern Indem sie querdenken und Theorien ausdenken Aber schlussendlich denke ich Verpisst euch endlich War das verständlich und jetzt nervt nicht Ich bin ein Disability Disciple Und verbreite das was ich schreibe Was ich damit meine Jeder von uns kann von heute auf morgen Ein Disability Disciple werden Auf dieser kaputten und kranken Erde Ich bin ein Disability Disciple Und verbreite das was ich schreibe Was ich damit meine Jeder von uns kann von heute auf morgen Ein Disability Disciple werden Auf dieser kaputten und kranken Erde Ich bin ein Disability Disciple Und verbreite das was ich schreibe Was ich damit meine Jeder von uns kann von heute auf morgen Ein Disability Disciple werden Auf dieser kaputten und kranken Erde Ich bin ein Disability Disciple Ich bin einось Und verbreite das was ich bes assisting Ich bin ein力 Ich bin ein Und verbreite das